Hi und herzlich Willkommen bei der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten. Wir sind 92 Abgeordnete mit tausend Ideen und bilden eine Fraktion. Ich möchte, dass jeder nach seiner Fasson glücklich wird in unserem Land. Probleme sind eine ordentliche Chance. Beim Fußball wirst du aufgestellt, wenn dein Talent es will und nicht der Gelbbeutel deiner Eltern. Kommt rein! Was haben CDU und CSU eigentlich gegen Arbeitgeber? Dass nur das verteilt werden kann, was zuvor erwirtschaftet worden ist. Dass es den Menschen auch langfristig wieder besser geht. Wir sprechen im Deutschen Bundestag für beste Bildung. Für eine starke Wirtschaft. Deine Bürgerrechte. Für ein moderneres und digitaleres Deutschland. Und mehr Freiheit und Fernsehen. Zweit mit uns in die Zukunft. Deutschland kann digital und Deutschland kann einfach. Schluss mit bröckelnden Straßen und Brücken. Vor allem brauchen wir eine Fokussierung auf die Menschenrechte. In sozialen Netzwerken kursiert die Meldung, Elton John würde die Sitzung leiten. Sheesh. Was soll ich denn jetzt machen? Gehen wir zusammen, dann sieht das nicht so einsam aus. Wir bringen das BAföG zurück in die Zukunft. Deutschland braucht mehr wirtschaftliche Dynamik. Okay, let's go. Auf unseren Kanälen. Lernst du unsere Abgeordneten persönlich kennen. Klären wir Rüten und falsche Fakten auf. Oder zeigen das Beste aus dem Plenum. Alle ready? Herzlich willkommen bei der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten. Untertitelung.